Ja, dann gab's doch nur sieben. Stimmt. Okay. Oh, das wird jetzt lustig. Jetzt, meine Lieben, werdet ihr viele Pinguine sehen. Im Kapitel 7. Im Pinguin Slayer. Ja. Jetzt wird's lustig. Oh, ums. Ja, drei Bombenclowns. Oh, nö, jetzt kommen noch die Bazooka, Leute. Nächste Achtung. Joa, ne schöne Schneelandschaft. Das war wieder knapp. Oh Mann, ich dachte, das würde noch durchgehen. Aber nein, da hab ich ein bisschen falsch gedacht. Okay, das waren zwei Motorradfahrer. So. Komm her. So. Danke, es geht wieder weiter. Oh, das war knapp. Und, wow, okay. Zwei Feuerclowns. Aua. Ja, spuckt halt Feuer. Oh Mann. Dann mach ich das halt einmal so. Also, manche Gegner regen mich einfach hier auf. Och, nee. Jetzt kommen die Pinguine. Und, ja, ihr seht richtig. Die haben auf dem Rücken eine Rakete. Und natürlich feuern die Rakete ab. Aua. Ja, die vorderen auch. Nicht nur die hinteren feuern Raketen, auch die hinteren. Na komm. Tut nicht so, als ob ihr so gefährlich wärt. So. Alles klär ich ja. Und. Nein. Scheiße. Wie ich das immer so früh mache. Noch mehr Rakete. Yay. Oh, das war knapp. Oh, Herz. Auch wenn es nur ein kleines ist. Haben. Aua. Willst du mich verarschen, du Fettklopps. Ja. Richtig. Oh Mann. Seid ihr immer noch nicht tot? Nö, 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 nö. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Freundchen. Ach, kommt her. Also, die Fettis sind am nervigsten, finde ich. Yay. Noch. Oh, nö, noch mehr. Na, das ist jetzt eine scheiß Kombi. Ja, noch mehr Raketen. Oh Gott. Das ist jetzt irgendwie ein scheiß Timing, finde ich. Und was für eine Kombination, ey. Ein Schwertklauen, ein Blauer und ein Fetti. Gar nicht gut. Und ich mach das hier mit so wenig Leben. Lol. Oh, das war knapp. Spiel, bist du nett und freundlich zu mir und gibst mir bitte noch ein bisschen mehr Leben. Das wäre sehr nett. Ja, danke. Du bist sehr nett. Aua. Das war ein bisschen doof. Erstmal den Indianertüt. Der ist nämlich am gefährlichsten. Und noch eine Bombe. Die benutze ich auch mal direkt hier. Und auch nochmal hier. Und nochmal. Ich bin im letzten Level. Da darf ich die Bomben ausschenken. Okay, ich glaub, das ist jetzt der letzte. Jo. Yay. Und dürfen gegen das Spielzeug vom Pinguin kämpfen. Die Ente. Scheiße. Aua. War klar. Oh, Mann. Oh. Oh, schnell durch. Na komm. Na, sie quammt schon. Ne, ich trenne mich jetzt nicht um. Ah, das ist jetzt gemein. Oh, das war knapp. Ja. Oh, jetzt wird die gleich schneller. Und das war's schon. Und das war's schon. Oh. Oh. Oh, oh. 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 Vielen Dank.